Wie handeln wir das Ganze? Ähm, darf ich das Milky Way haben? Nein, du kriegst nicht das Milky Way, das ist mein Milky Way. Ich hab extra heute Morgen dieses Milky Way besorgt, damit ich es nach der Party essen kann. Ist ein bisschen merkwürdig. Überhaupt nicht, das ist meine Lieblingssüßigkeit. Unterstütz mich mal bitte, Sir. Ich will nicht, dass du das ganze Milky Way bekommst, ich will auch was. Also ich wär schon ziemlich enttäuscht, wenn ich nicht mal abbeißen darf. Oh, jetzt will Craig vom Milky Way abbeißen. Ja, ich will reinbeißen. Jeder kriegt von allem ein Fünftel. Ich will ein Fünftel von deinem Shirt, aber das da unten bei deiner Wampe. Ich mach hier bestimmt nicht auf Bauch frei. Ich schneid's raus und mach mir ein Stirnband. Du bist meinem Speck nicht gewachsen. Zurück zum Milky Way, also naja, das brauch ich irgendwie. Ich bin komplett unterzuckert und wenn mein Endorphinlevel absteigt, werde ich voll die Zicke. Was? Wenn du unterzuckert bist, dann tungst du deinen Finger in die Nutella. Dein Finger voll Nutella. Fair. Was für ein Gestank. Jonah Hill? Jonah Hill ist nicht mehr. Dämon? Ja. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Jay, du bist ein Narr. Ich sage dir, die Kraft Jesu Christi bezwingt sich. Ach ja, echt bezwingt sie mich? Die Kraft Jesu Christi bezwingt dich. Ist das doch Jay? Die Kraft Jesu Christi bezwingt dich. Bezwingt mich die Kraft von Jesus gerade? Passiert das gerade? Kraft Jesu Christi bezwingt dich. Mal ehrlich, das ist nicht gerade so überzeugend. Seth! Ab'n Hammer Wochenende geplant. James Franco schmeißt ne riesige Party. Haha, ja! Die soll krass Bombe werden. Was geht denn, Rihanna? Nicht so wird der noch immer eingeladen. Wichsgriffe weg, Bitch. Das muss nur ne Phase sein. Das ist so hype. Was zum... Sir, komm schon, schnell ins Haus! Bitt ich, es ist zu spät. Du bist schön im Loch. Kevin! Lass los, Rassist! Die Polizei empfiehlt dringend, das Haus nicht zu verlassen. Sieht schlimm aus. Plünderungen, Ausleitungen! Ich glaube, das ist die Apokalypse. Es steht alles hier drin im Buch der Offenbarung. Da draußen ist was. Wirf ein Messer rüber! Wir sollten hierbleiben und das Haus verbarrikadieren. Emma Watson ist aufgetaucht. Tagelang hab ich mich versteckt in einem Abflussrohr. Versuch einfach ein bisschen zu schlafen. Was tut ihr hier? Ich bin ein extremer Harry Potter-Fan. Ich muss sie einen Haufen aufregender Fragen dazu stellen, wie sie die Filme gemacht haben. Krieg dich ein, Dumbledore! What you want, son? This is my game. This is my lane. Get out of the way. What you want, hun? Was zum Zeug? Oh my God! Ein Über Erfolg war? Alles nicht gut! Wohohooo! ARD Text im Auftrag von Funk